wahl jetzt hätte ich gern meine waffe wieder die einfach nicht mehr da ist gut komplett falsch gewirkt warum man sie auf die Schotter niederheben so wo muss jetzt lang dann weiter also noch gibt es keinen grund sich zu erschrecken Ich bin noch nicht zum Deckel gesprungen, ne Tino? Ich muss von der Geschwindigkeit nicht so weit vorgehen. Da will jemand das Tor aufschießen. Tor aufschießen kann man nicht. Oder doch? Anscheinend schon. Irgendjemand hat das grad getan. Ich muss überweisen, dass es nicht geht. Ich weiß noch nicht, ob ich es nicht gemacht habe. Ich mach das. Mach ich Zombies. Zähn Fischer. Warte auskrieg! Warte auskrieg! Okay. Hallo Dritte! Oh da ne. Oh ne anstattes die Wege vorhintenläufen wegstressen! Oh, super das! Wir haben zacken. Wow, richtig Zombies! Ah, da ist was, da ist ein Moving Sheep? Ja, da ist was hinter uns, die ganze Zeit der Recher. Oh, da ist ein Zombie aus dem Posten, um sich anzufangen. Oh man, ihr habt zu zucken, du hättest mich. Hey, da schluckt er nicht. Diese Bewegung hat er den Kopf woanders hingedreht. Nein! Ist nicht so klar. Ich nix mehr nach vorne oder nach dem Kopf will. Aber die Mine hat zumindest alle erwischt. Oh, hallo! Eine. Warte noch mal. Sprung fehlt auch noch. Die Munition, die Code Munition. Die Mine fehlt noch nicht so. Die Musik wird nicht so gut. 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 Oh, das ist ein Problem. Da kann sich wirklich jetzt ein Skelett. Der Zombie hat eine Kugel geschluckt. Dann kommt ein Kamikasi. Da kam Kamikasi. Oh, oh, Kamikasi. Auf der Entfernung war's noch nicht Oh-Schein. 10 Meter Katusch. 10 Meter Katusch von Ohro. Ich zeig dir nachher mal wie du dir auch killen kannst. Und dauernd vor uns nehmen wir uns überall. Boah, wie die zum Fall wegfliegen. Boah, das sind doch auch hier entspannt. Tino, das war beinahe ein Streitschuss. Ach, Lovecam. Voll durch Steves Arm und durchgeschossen. Jaja, wir hätten schon alle unsere Kriegsrunden voneinander. Steves müsste jetzt Arschbacken aus Stahl haben. So ist unser Spleid. Kamikasi. Tino steht im Weg. Ja, und du gerade auch. Gerne mal. Skelett. Ja. 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 Es wird seitlich noch mal kurz ausgerutscht. Muni und so. Toll. So. Ich muss mich gerade erstmal regeln. Da sind wieder Minen. Die muss nicht abhandeln. Das machen die selber ganz gut. Was klafft das so? Die Infos sind noch Skolette. Dann wollte ich noch was gerade bei. Noch kommt runter. Da steht auch wieder ein paar auf dem Turm. Beziehungsweise sind verloren im Posten. Hmm. Das ist normaler Bequem. wenn sie anfangen zu sehen jetzt kein Kopf in Kühlschrank also gut so ich wollte mir nur den ganzen Spaß nehmen du kannst den Spaß schön alleine haben bist du auch schon ja fast drauf gekommen so gibt's irgendwo noch Granatennoni Rühlschrank einfach nur Granaten das ist keine Monatennummer Kühlschrank Landmine das war mal ein ganzes halbes Geld das hat eine Granate in der Hand wo natürlich drauf hieß muss das Glück mal dazu kommt aus Russland die Sowjetunion war hier das ist ja Entschuldigung das ist ein russischer Bahnhof hier die sind wir aber ganz schön weit gekommen weil die Russen wohl eingelaufen was machen die Russen in ihrer Freizeit in den Bahnhöfe ein so und im Keller ich glaube ich bin für die Entstellungskrieg oder so was denn das ist ein Problem schießen kann der Bespieler ist nur Wasser und die Szene schneller wird die Wärter Munition hey hier ist ein Bein schön man hat das Bein gefunden ne das ist gleich eine ganze Leiche mit nachschlossen und zwei Landminen ich weiß ich muss mein Bein ich hab zuerst gewonnen ach leck mich doch an ach leck mich doch an vor einem denn das ist das ist die